Drei Wörter, die du kennen solltest. Der Begriff Passiv beschreibt eine Haltung oder einen Zustand, in dem jemand nicht aktiv eingreift, sondern eher abwartend, zurückhaltend oder reagierend handelt. Der Begriff Passiv beschreibt eine Haltung oder einen Zustand, in dem jemand nicht aktiv eingreift, sondern eher abwartend, zurückhaltend oder reagierend handelt. Der Begriff Passiv beschreibt eine Haltung oder einen Zustand, in dem jemand nicht aktiv eingreift, sondern eher abwartend, zurückhaltend oder reagierend handelt. Der Begriff Peinlich beschreibt eine Situation oder Handlung, die unangenehm, beschämend oder unangemessen ist und Gefühle der Verlegenheit oder des Unbehagens hervorruft. Der Begriff Peinlich beschreibt eine Situation oder Handlung, die unangenehm, beschämend oder unangemessen ist und Gefühle der Verlegenheit oder des Unbehagens hervorruft. Der Begriff Peinlich beschreibt eine Situation oder Handlung, die unangenehm, beschämend oder unangemessen ist und Gefühle der Verlegenheit oder des Unbehagens hervorruft. Der Begriff Pelzig beschreibt eine Textur oder Oberfläche, die weich, flauschig und behaart erscheint, ähnlich dem Fell eines Tieres. Wenn du Beispielsätze mit diesen Wörtern benötigst, dann schreibe es bitte in die Kommentare. Ich werde dann entsprechende Videos erstellen.